Klavki, ich nehme Bezug auf das Gespräch, das wir heute Morgen geführt haben. Es geht um ein Bauvorhaben in Wartenburg. Ich zoome mal näher ran, damit das Ganze etwas sichtbarer wird. So, wir sind hier im Feldblumenweg 606901, Wartenburg bei Chemberg. Dieser Bau, den nennen wir im Bauvorhaben Maststall und dieser Bau hier, das ist das Futterhaus. Hier haben wir 25 Meter mit einer Ortganglänge von 7 Meter und hier haben wir 65 Meter ebenfalls mit einer Ortganglänge von 7 Meter. Wir möchten gerne hier beginnen, hier vorne und wünschen uns in der angegebenen Kalenderwoche eine Einrüstung dieses Maststalls. Wir werden uns dann langsam zurückarbeiten, sodass dann in der letzten Bauphase, im letzten Bauabschnitt hier das Futterhaus eingerüstet werden kann und dort dann zuletzt die Solarmodule drauf kommen. Ja, das wäre es. Anfahrtsweg ist relativ einfach. Wir haben ja eine große Fläche zum Drehen und Wenden, auch von 40 Tonnern. Der Haupteingang auf das Gelände geht also hier rüber. Wir haben es mit einem 3-Achser noch nicht ausprobiert, aber ein 2-Achser, also ein 22-Tonner kommt hier durch und hier rein und kann sich mehr oder minder fehlerfrei hier auf dem Gelände bewegen. Ja, das wäre es. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub und würde mich freuen, wenn ich zeitnah ein Angebot bekommen könnte. In diesem Sinne, Tschüss.